Servus und herzlich willkommen zur Folge Nummer 6 von iPrinted nützliche 3D-Druckideen in diesem Jahr 2023. Wie immer 5 wie ich finde nützliche 3D-Druckideen für euch von mir aus den gängigen Portalen. Viel Spaß beim Zuschauen, jetzt gleich nach dem Intro geht's los. Egal ob auf Reisen oder zu Hause, gewisse Kleidungsstücke wie Hemden oder Sakkos und so weiter, die legt man nicht einfach in den Schrank, die hängt man auf. Und meist benötigt man doch einen Kleiderbügel pro Kleidungsstück. Und dann sind die Teile ja noch auch sehr sperrig und lassen sich nicht so schön einpacken. Als Lösung dafür gibt's den Klappbügel. Für ein paar Cent zum selber drucken auf kurz 3D. Die Arme und die Stifte müssen natürlich jeweils zweimal gedruckt werden. Aber das Timelapse habe ich nur einmal eingeblendet, ich will ja keinen langweilen. Der Zusammenbau ist wirklich leicht, wobei man ein klein bisschen Kraft schon aufwenden muss, um die Stifte reinzudrücken. Bitte schaut da, was ihr sie gerade reinbringt, ansonsten können sie vorne abbrechen. Das Feature des Kleiderbügels ist, ihr könnt auf der Seite noch was festklemmen. Hierfür werden zwei Federn benötigt. Angegeben ist eine benötigte Größe von 20 bis 30 mm Länge, Innendurchmesser größer 5 mm, Außendurchmesser kleiner 9 mm. Ich habe es euch solche mal in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr welche kaufen müsst. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ihr welche zu Hause habt, denn diese Art von Federn werden bei den Levelschrauben an 3D-Druckern verwendet. Also schaut erst, bevor ihr welche kauft. Druckeinstellungen sind keine besonderen nötig. Wenn die Pins oder Stifte nicht haften, könnt ihr gerne Prim verwenden. Bei mir hat es problemlos geklappt, wie ihr seht. Ich kann euch in diesem Zuge auch nur die Blackprint-Druckplatte von Printbay empfehlen. Perfekte Haftung damit. Link und Gutscheincode findet ihr in der Videobeschreibung. Diese Sockenclips, habe ich gesehen, sind bei neueren Wäscheständern zum Teil schon im Lieferumfang dabei. Unsere sind schon ein paar Jahre alt und haben sowas noch nicht. Und da man heute ja versucht, Energie zu sparen, wo man kann, müssen die Socken nicht zwingend in den Trockner. Man kann sie auch insbesondere im Sommer hervorragend per Luft trocknen lassen. Und dafür eignen sich die Teile hervorragend. Ich habe sie in 0,2 mm Leerhöhe und 20% Infill gedruckt, wie meine meisten Sachen. Filament spielt eigentlich keine Rolle. PLA, PETG, was ihr gerade so da habt. Wahrscheinlich kennen es viele von euch. Das Smartphone zum Laden angesteckt, aber es lädt nicht. Oft ist der Grund Staub, der in den Kontakten der Buchse festhängt. Diese kann man selbst vorsichtig reinigen. Bisher habe ich das immer mit einem Zahnstocher gemacht. Auf gar keinen Fall irgendwas aus Metall nehmen, sonst könnte es zu einem Kurzschluss kommen. Und das kann das Handy beschädigen. Mit dem Teil hier geht es aber fast noch etwas besser. Mit dem kleinen Haken bringt man den Staub sauber raus, wie man sieht. Selbst wenn man es regelmäßig macht, es sammelt sich ganz schnell wieder Staub in der Buchse. Seid bitte sehr vorsichtig, wenn ihr es macht. Es sind zwei Teile verlegt. Einer für Lightning, einer für USB-C. Gedruckt habe ich die Dinger in 0,06 mm Leerhöhe und ca. 40% Infill. Hierzu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Es ist eine Haltevorrichtung für eine Schaufel oder einen Besen oder ähnliches auf dem Schubkahn. Gedruckt in 0,2 mm Leerhöhe und 25% Infill. Ich habe es mir aus PLA gedruckt. Der Designer hat PETG genommen. Zwei Punkte möchte ich ansprechen. Zum einen, es geht nicht bei jedem Schubkahn. Manche haben am Rand so eine flache Nut vom Blech. Da geht es nicht. Das ist zu breit. Da müsste man das Design verändern. Nur bei denen mit den Runden, da funktioniert das einwandfrei. Jedoch bei der Montage, bitte achtet drauf. Ihr müsst das Teil vorher erwärmen. Ich habe dafür den Heißluftföl genommen. Ansonsten ist es nicht flexibel genug und bricht euch bei der Montage ab. Wenn es dann aber mal montiert ist, ist es echt eine praktische Sache. Ich kann es jedem nur empfehlen. Zu guter Letzt gibt es noch einen Blumentopf. Und bevor der Aufschrei jetzt kommt, das ist nicht nützliches. Doch, ich glaube schon, denn er soll eine Selfwater-Vorrichtung haben. Wie gut die allerdings funktioniert, kann ich noch nicht sagen. Das werde ich sehen. Vor einer Zeit lang habe ich beschlossen, dass so ein kleines Pflänzchen in meinem Büro gar nicht so schlecht ausschauen würde. Ein bisschen Abwechslung zur ganzen Technik. Und meine liebe Frau hat mir dann eine Grünlilie besorgt. Da ich es aber nicht so mit dem Gießen habe, also entweder zu viel oder zu wenig, hat es die Pflanze nicht so einfach bei mir. Jetzt sind wir aber an einem Punkt angeraten, an dem sie mehr Platz braucht. Und da habe ich mir diesen Topf ausgesucht. Erstens schaut er toll aus. Er gefällt mir wirklich gut. Und zweitens habe ich das mit dem Selfwatering-System für toll empfunden, da ich dann vielleicht bei seltener Gießen trotzdem eine gesunde Pflanze habe. Ich habe meine bessere Hälfte dann gleich gebeten, das Pflänzchen umzutopfen, so dass es wieder etwas Platz im Topf hat und nicht bloß einen Wurzelballen. Und jetzt schauen wir mal, wie es sich so entwickelt. Den Topf selbst habe ich mit wahrscheinlich übertriebenen vier Wandlinien gedruckt, da ich sicherstellen wollte, dass er auch dicht ist. Nun, ansonsten 0,2 mm Leierhöhe und 20% Infill, wie sonst auch das meiste. Joa, ich hoffe, er wird sich als nützlich empuppen, bin aber guter Dinge, dass sich wenigstens mein Pflänzchen darin ganz gut macht und wohlfühlt. Nun, das waren die fünf Teile für diese Folge. Ich hoffe, ihr könnt genauso einen Gefallen daran finden wie ich und könnt was davon brauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst mir einen Daumen hoch und ein Abo da, dann verpasst ihr keine weitere Folge und macht mir echt eine Freude. In diesem Sinne, Servus, macht's es gut, bis zum nächsten Video. Vielen Dank.